Fernsehreporter müssen über besondere Fähigkeiten verfügen. Zum Beispiel müssen sie ausgezeichnet schreiben können und in der Lage sein, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Außerdem müssen sie einen ausgeprägten Sinn für visuelle Umsetzung haben und in der Lage sein, effizient unter Druck zu arbeiten. In der Praxis bedeutet dies, dass sie zusätzlich zu ihren redaktionellen Fähigkeiten auch Editing beherrschen müssen. Um ihre Arbeit zu erledigen, müssen sie hierfür oft mehrere Werkzeuge einsetzen. MediaCentral Cloud UX bringt diese und weitere Anforderungen in einer Browser-Anwendung zusammen und gibt dem Journalisten die kreativen Möglichkeiten, die Deadline für die Story einzuhalten. Mit dem Zugriff auf das gesamte Videomaterial und den aktuellen Rundown kann der Reporter seine Arbeit erledigen und das sicher und von überall. Auch bei knappen Deadlines und in Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern ist der Zugriff auf die aktuellsten Inhalte nur einen Klick entfernt. Beiträge können zudem schnell veröffentlicht werden, sodass sie die Zuschauer auf jeder Plattform erreichen. Effektiver arbeiten, effizienter arbeiten mit MediaCentral Cloud UX.